herzlich willkommen und hello bei franconian and western heute an diesem fastnachts samstag darf ein kreppel natürlich nicht fehlen ich habe außerdem bei der kameratechnik etwas aufgerüstet und kann jetzt endlich auch das sehen was die kamera aufnimmt so kreppel gegessen und mit kreppel verschmierten händen geht es jetzt hier richtig los ich habe mir einen zweiten rollenprüfstand zugelegt denn der ständige wechsel zwischen computer und digital zentrale ging mir mittlerweile ganz schön auf die nerven auch dieses wieder von macero marion zeller und muss jetzt noch mit strom versorgt werden dazu brauchen wir zunächst zwei stücke kabel die wir in etwas so lange ablängen wie der rollenprüfstand lang ist dann werden die enden ab isoliert und leicht verdrillt um die kabel anzuschließen muss zunächst die seitliche stange aus dem plastik halter entfernt werden diese sitzt sehr fest es bedarf da etwas kraftaufwand wenn dabei einige der rollböcke aus dem rollenprüfstand herausfallen ist das kein problem diese können anschließend einfach wieder eingesetzt werden jetzt das kabel in die plastik halterung legen und die stange wieder einklipsen sitzt bombenfest wer wie ich gleich strom fährt wiederholt das ganze jetzt noch auf der anderen seite die mittlere schiene hingegen ist für alle die mit drei leiter wechselstrom fahren vor dem fest klipsen der schiene außerdem noch alle rollböcke wieder einsetzen der rollenprüfstand ist damit so weit verkabelt damit das ganze aber hand und fuß hat kommen auf die andere seite der kabel jetzt noch alle endhülsen dann noch eine vago klemme auf die enden der kabel und damit kann der rollenprüfstand seine arbeit aufnehmen